Musik Hallihallo Leute und willkommen zu dieser Card Preview, wieder mit einer Karte aus dem übernächsten Set hier aus dem TCG, aus Circuit Break. Ja, erscheint am 20. Oktober 2017 hier bei uns, bringt drei neue Archtypes und Support für viele ältere Archtypes. Ähm, die Karte, die wir uns heute anschauen, ist mal ein Link-Monster. Und ja, das haben wir noch nicht hier, äh, schauen wir uns mal die neuen Link-Monster ein bisschen an und wir fangen an mit dem guten Threl-Load-Dragon. Sieht das Kerlchen nicht cool aus? Ich find's ein cooles Artwork. Jedenfalls, kein Spieler kann diese Karte als Ziel für Monster-Effekte wählen. Einmal pro Spielzug, das ist ein Schnell-Effekt, du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, es verliert 500 Artikel und Defense. Dein Gegner kann keine Karten und Effekte als Reaktion nach direkt wegen dieser Karte aktivieren. Am Beginn des Damage-Saps, falls diese Karte ein Monster eines Gegners angreift, du kannst die Kontrolle über das Monster übernehmen und es in eine durch diese Karte verlinkte Zone legen. Lege das Monster während der Endphase des nächsten Spielzugs auf den Friedhof. Cooler Effekt, ist im Prinzip so ein bisschen, äh, ja, Gehirnkontrolle für den Zug und, äh, aber dieses Mal natürlich wieder uneingeschränkt, also ich kann eigentlich wirklich wählen, was ich gerne möchte, das ist schon mal sehr, sehr cool. Äh, mit seinen 3000 Angriffspunkten ist er auch gar nicht mal so schwach, hat einiges auf dem Kasten. Naja, er braucht halt die entsprechenden, äh, Effekt-Monster dafür, um es zu specialen, ähm, wenigstens 3 an der Zahl, äh, ist ein bisschen wenig, ein bisschen viel, aber, naja, was soll's. Wird ein Ultimate, äh, eine Ultra-Rare sein, Ultimate ist in Japan, gibt's das nämlich noch, nicht wie bei uns, wo Konami ja kein Geld mehr dafür hat. Und die Link-Marker sind eigentlich auch ganz praktisch, sie zielen auf die zwei Zonen, ähm, schräg unter dem Link-Monster, gar nicht mal so übel, ähm, und auf die Zonen neben sich. Also wenn's in der Monster-Karten-Zone liegt, ist es eigentlich auch nicht so übel, dann könnt ihr's in die zwei Zonen-Special, äh, oder beziehungsweise verschieben. Ja, Burrell-Dragon, fehlt noch meine Bewertung, was geb ich denn dem Kerlchen hier? Ich hab lange überlegt, ähm, ich find's eigentlich einen sehr, 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 sehr starken Effekt, aber durch das ist halt erstmal, ja, man muss ihn zuerst Link beschwören, dann muss er noch angreifen, und der Angriff muss auch irgendwie so halbwegs durchkommen, zumindest, ähm, ist ne gute Karte, ich würd ihm jetzt ne 6 von 10 geben. Das kriegt er von mir. Jetzt ist natürlich die Frage, seht ihr das genauso, oder würdet ihr ihn höher oder tiefer einschätzen? Ich würd mich riesig freuen, eure Punktzahl in den Kommentaren lesen zu können, schreibt es da rein, schreibt mir vielleicht auch ne kleine Begründung, wieso ihr das so seht, und wenn ihr weiter über die Karte diskutieren wollt, schaut doch mal auf Discord vorbei, den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, und ja, das war's eigentlich schon, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, das wär klasse, und ein Abo wird auch weiterhelfen, denn dann verpasst ihr nicht die nächsten Card-Previews und was es sonst noch so alles auf diesem Kanal gibt. Das war's von mir für heute, bis zum nächsten Mal und ciao Leute! Das war's von mir für heute, bis zum nächsten Mal und ciao!